Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Without 101 mit der Fanny. In der letzten Folge gab es ja einen Netzwerkfehler, habe mich jetzt wieder noch eingeloggt, aber ich bin in der Zwischenzeit irgendwie auf dem Feld gestorben, weil ich immer noch drauf war. Deshalb muss ich nochmal von vorne beginnen. Los geht's mit den vier Lofianern. Ich glaube, die waren nicht so schwer, die hatten auch nicht so viel Leben. Genau, gut, den lege ich jetzt einfach schon mal los hier. Werde die schon mal ein bisschen kitzeln hier mit meinem Zauberstab. Genau, den schauen wir mal. Gut, die breiten sich vor, ist aber nicht weiter schlimm. Das dürfen die auch. Das mache ich mal weg. Dann kitzle ich ihn auch nochmal, weil das sind ja hier Zwillinge. So, okay. Oh ja, die breiten sich richtig gut vor. Ähm, aber ich auch. So, ich hoffe es funktioniert. Papi, lass dich blicken. Das ist echt so unfair. Das könnte alles so einfach für mich sein, ja. Aber nein. Nein. Genau, Hauptsache, die hauen mir jetzt immer alle einen runter, ne. Hauptsache, die machen mich jetzt hier fertig. Gott. So, okay. Jetzt aber. Mindestens einen. Super. Ich habe jetzt mit Absicht keine Klingen genutzt. So, weg ist er. Und der nächste kommt auch gleich, hoffentlich. Ach ja, ach ja. Komm, den verstärke ich jetzt einmal, weil ich es kann. So. Okay. Der durfte jetzt auch hinüber sein. Genau. Genau. Ich bin Feuer unterm Arsch. Sauber. Okay. Perfekto. Zwei von vier haben wir schon mal. Ähm. Ich könnte aber wieder ein bisschen Leben gebrauchen. Aber hier ist irgendwie... Hier sind keine Irrlichter. Was habe ich denn wieder bekommen? Nichts Besonderes. Ich habe nämlich gerade noch ein bisschen was verkauft, wieder im Rucksack. Dieser Schnellverkauf. Um wieder ein bisschen Platz zu schaffen. Aber ich brauche erst mal ein paar Irrlichter. Lass mich mal durch hier. Ne, da geht's nicht. Hier. So. Nehmen wir noch den da hinten. So. Seid ihr die Gleichen? Ja, sieht so aus, ne? Na gut, dann machen wir mal hier weiter. Mal eine etwas andere Umgebung. Okay, die Hilfe kann weg. Hm. Ich mache erst mal nur eine Klinge. Ich wollte jetzt meine Forst noch nicht verwenden. Weil ich nicht weiß, ob ich gleich einen doppelten Zauber kriege oder so. Der auf alle Gegner geht. So, Baby. Ähm. Nein. Nein, 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 nein. Okay, aber wir hauen trotzdem den schon mal weg. Ja, super. Mal nicht gleich verpatzt hier. Und mit kritisch, natürlich. Bam. So. Da ist mein Papi. Aber jetzt brauche ich den nicht. Und dann mache ich jetzt die Forst wieder da drauf. Dann mache ich hier einmal noch mal eine Klinge. Also wenn meine Zauber funktionieren, dann sind die richtig gut. Okay. Okay. So, dann mache ich erst mal kurz das da. Ich brauche noch ein paar Pips. Ja, kritisch. Der klingt immer so, als würde der gleich sich übergeben oder so. Okay, da ist er schon. Ich hoffe, der klappt jetzt auch. Als Entschuldigung dafür, dass ich gestern einen Netzwerkausfall hatte. Das war aber vom Spiel. Das war nicht Fehler meines Rechners. Oder meiner Internetrechnung. Sehr gut. Tada. Was? Drei von vier? Ach, komm schon. Das ist voll die Absicht. Voll die Absicht. Ja, komm, ich mache erst mal hier meinen Aura-Ring. Die kleinen Fische oder was auch immer das für Tiere sein sollen. Ja, ne? Das sind kleine Fische. So. Komm, ich habe Lust auf meinen Orkan. Den habe ich irgendwie lange nicht mehr gesehen. Kein Kritisch? Wow. Hat aber trotzdem gereicht. Sehr gut. So, jetzt habe ich es geschafft. Besser ist. Ich habe doch nicht mal Leben verloren. Ha! Wow, sage ich da nur. Hier ist eine Kiste. Dankeschön. 109 Gold. Wunderbar. Jetzt muss ich wieder ganz weit laufen. Oder ich versuche den Teleporter. Ja, schon näher. Schon ein bisschen näher dran. Achso, ich muss da lang. Okay. Ich habe ja so ein bisschen Angst vor dieser Morgante. Morganta? Ihr wisst schon. Die Gegner, die Gegnerin, die verdammt schwer ist. Oh, was bist du denn für einer? Oh, Blaubart. Der sieht ja mal nice aus. Den muss ich bestimmt auch noch kämpfen. So. Wenn du ein Schatz gefunden hast, ist das nicht ideal. Aber es ist ein Loch besser als die leute Hände. Du hast das Versteck des Schatzes gefunden. Ideal ist das nicht, aber immer noch besser als mit leeren Händen dazustehen. Ohne einen Kompass ist diese Karte absolut nützlos. Kannst du mir helfen und unseren Kompass rückholen? Es heißt, dass ihn ein Befehlshaber der Flosser namens Akastus Hexfin haben soll. Er patrouilliert in der äußeren Wehranlage. Normalerweise trifft man ihn auf der Terrasse, im Zwischengeschoss oder in der Halle. Aha. Okay. Gut. Das wird garantiert so ein kleiner Boss sein. Schauen wir mal. Wo der hier kampiert. Oder patrouilliert. Oh mein Gott. Ich muss da rüber. Ich bin irgendwie mega scheiße gelaufen. Oder geflogen oder was auch immer geritten. Jetzt habe ich es. Ich bin geritten. So. Ah, die Truhe nehme ich mir auch nochmal mit. So. Einmal hier rein. Und dann hier durch. Was war denn da? Nix. Da war nix. Sag mal, wo ist der denn? Guck mal, die kleinen Schwarmfische da oben. Oh Gott. Hier deutet nichts auf Akastus Hexfin hin. Ach man, komm jetzt ehrlich. Ich muss jetzt hier wirklich wieder zurück. Oh Mann. Aber wer hätte das jetzt geahnt, ne? Da drüben. Alles klar. Und dann gehen wir mal dahin. Akastus Hexfin isn't here either. Hier ist Akastus Hexfin auch nicht. Ja, sag mal. Was ist er denn? Wo hat er sich versteckt, der Schnösel? Ich glaube, da steht er. Ach nee, da ist ein anderer. Hier deutet nichts auf Akastus Hexfin hin. Sag mal. Lass mich da durch. Ach so. Was? Ach doch, muss ich doch betreten hier. Okay. Wer ist denn da? Aurole Perlblut. Aber sie ist glaube ich nicht on gerade irgendwie. Oder nicht am Platz. Haben diese alten, verweichlichen Seeräuber dich geschickt, um ihren Kompass zurückzuholen? Ich werde dich dahin zurückschicken, wo du hergekommen bist. Gibt es hier ein Buch oder so? Ich sehe nichts. Auf jeden Fall ist da Eis. Ach du Scheiße, die sind alle Eis, ne? Drei Gegner. Das heißt, ich werde mir gleich mal... Ach, ich muss gleich mal gucken. Drei Gegner, das ist echt übel. Das ist der Oberboss. Ich hole mir mal lieber... Hier, mein Stufe 50... Leben. Ja, was? Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ähm. Ja, komm. Mach dir... Mach dir... Elementarkling. So, hier ist der Boss. Rang ziehen. Okay. Aber mit ihm an meiner Seite werde ich das bestimmt schaffen. Bam. Und schon hat er eine reingekriegt. Ja, auf... Zum Dank, ne? Zum Dank gibt es wieder Turmschilde. Natürlich. Und ich kriege eine reingebobt. Dafür, dass ich noch gar nichts gemacht habe. Und auch noch mit Kripp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe jetzt nicht gesehen, was ich verloren habe. Aber das ist mir jetzt auch egal. So. Dann gebe ich mir mal hier so einen... Kreis. Meinen ganz persönlichen Kreis. noch kriege ich das hin. Ah. Guck mal. Ich mache mal hier, ne? Weil die sind ja Eis. So, dann mache ich mal ein Schild weg. Schon mal. Genau. Ja, mach mal ne Pioretta. Fantastisch. Ach, wobei, ich hätte eigentlich das auch hier machen können. Weil die anderen haben sowieso nicht allzu viel Leben. Oha. Wurzela. Ups. Ja, natürlich. Und ich kriege es natürlich wieder ab, ne? Immer ich. Und wer? So. Na gut. Ich kriege jetzt eine Fee. Ist ja schön. So. Meine Damen und Herren. Ach Gott, jetzt. Was nehme ich denn? Ich nehme mir zuerst... ...meine Bälle. Kritisch. Perfekt. Okay. Okay, einer ist wenigstens schon mal weg. Dankeschön. So. Salvos. Solva. Wie heißt du? Salvos. Solva. Oh mein Gott. Jetzt hat er sich wieder Neues gemacht. Was ist das denn? Gemeiner Kerl. So, die brauche ich nicht. Dann mache ich mal eine Falle bei ihm rauf. Boah, ich habe keine Pips, ne? So, was macht er jetzt eine Tumschild, oder? Ja, ich habe es gewusst. Ach, Mann. Die und ihre beschissenen Schilder immer. Ach ja, ach ja, ach ja. Was ist das denn? Ja, ich mache mal hier noch ein paar Fallen rauf mit. Doppelt hält besser. Ich danke dir, mein treuer Gehilfe. Sehr schön. Oh, jetzt ist aber irgendwas, glaube ich, am Ton und... und... Also an der Performance auch, was ich gerade rauf gelaufen. Oh, Mann. Na, super. Ja, es reicht jetzt. So viel vertrage ich auch nicht. Oh, kritisch. Oh, Gott. Guckt mal, wie schnell die mich schon wieder hier... ...fertig machen wollen. Aber ich kriege jetzt einen so einen Tau... ...ein Zentaurus. Oh, Gott. Der hieß doch Zentaurus, oder? Oh, Gott. Ich weiß es jetzt nicht. Dankeschön. Ah, ich fühle mich wieder viel wohler. Guck mal. Mein Kreis ist wieder fast grün. Jetzt werde ich auch noch betäubt. Oh, Mann. So, ich bin sowieso betäubt, ne? Also von daher... Hätte ich mir jetzt geglichen Zauber sparen können. Also wenn ich die wäre, ne? Wenn ich die Haie wäre, dann würde ich doch mein Gehilfen irgendwie gucken, dass ich den zerstöre. Aber gut. Die scheinen ja nicht die hellste Kerze auf der Torte zu sein. So. Ich habe jetzt das, das, das. Dornen mache ich noch einmal das. Und dann versuche ich mein Papi zu machen, ne? Ja, für die Tumschüller sind die, ähm, Zauberstabzauber, die Reihenen, echt Gold wert. Oh, vielen Dank. Vielen Dank, mein Engel. Ah ja, jetzt bin ich wieder komplett aufgeladen. So. Jetzt lege ich los. Bitte, 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 funktioniere. Ey, das gibt's doch nicht. Ihr Säcke, ey. Das hätte so gut werden können. Nochmal aber jetzt ohne, ähm, Verstärkungsfaust. Ehrlich? Boah, ey. Boah, das ist so übel. Ey, das ärgert mich jetzt wieder so zu Tode eigentlich. Ich bin wieder so richtig völlig verärgert. Aber gut, so ist das Spiel. Keep cool, Fanny. So, mach ihn jetzt alle. Ich schwöre, mach ihn jetzt alle. So. Ja, genau. Naja, 5000, ein bisschen wenig, wa? Naja. So, jetzt kriege ich wenigstens 15% weniger Schaden. So, dann mache ich mir nochmal eine Klinge. Dankeschön. Dankeschön. So, das ist wirklich ein sehr guter Zauber. Ha. Verpatzt. So. Jetzt habe ich auf meinem Papi keine Lust mehr. Er hat mich schwer enttäuscht. So, aber geschafft. Perfekt. Dankeschön. So. Hier ist nichts zu holen, ne? Na gut. Okay, 100... Nee, ich bin hier weg. Aber irgendwie... ...hab ich so den Eindruck... ...ich komme hier nicht so richtig weg. Kann ich da lang? Oder laufe ich jetzt völlig falsch? Nee, jetzt habe ich es... Jetzt ist es eingespielt. Okay. Mann, Mann, Mann. So. Oh, da ist wieder eine Kiste. Die hatte ich doch vorhin schon, oder? Egal. So. Achso, kann ich mich porten? Vielleicht. Moment. 200... Na? Halle ich jetzt? Ah, okay. Ich laufe lieber. Ich spreche mit Leutnant Defoe. Genau. Ja, ich habe leider keinen Marker mehr. Okay. Den habe ich schon benutzen müssen. Okay, dann reden wir noch mit ihm. Und dann ist die Folge eigentlich auch schon wieder zu Ende. So, Defoe. Du hast unseren Kompass, er ist ein bisschen verbogen und verbeult. Zeig aber noch in die richtige Richtung. Als du weg warst, habe ich ein Wort mit unserem Kapitän, Queen Kalypso. Sie hat den Namen des Schiffen. Während du weg warst, habe ich mit unserer Kapitänin, Königin Karyptis, gesprochen. Sie heißt genauso wie das Schiff. She said she'll help you, but only if you can prove your mettle in battle. Sie wird dir helfen, aber nur wenn du deinen Kampfesmut beweisen kannst. That means you must cross swords or wands or what have you with Queen Kalypso herself. Du musst also mit deinem Schwert oder deinem Zauberstab oder was auch immer du benutzt gegen Königin Karyptis hochpersönlich antreten. She's a wily one. Won't be an easy mark, so best of luck to you. She awaits you at the bow of the ship. Entschuldigt bitte. Sie ist gerissen und wird kein leichtes Ziel abgeben. Ich wünsche dir viel Glück. Sie wartet beim Bug des Schiffes auf dich. Ach du meine Güte. Hier drinne. Wartet mal, ist es ein Dungeon oder so? Moment. Nein, ist es nicht. Okay. Alles klar. Gut meine Lieben, dann würde ich sagen, mache ich das in der nächsten Folge. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und in der nächsten Folge stellen wir uns der guten Karyptis, ja, der Kapitänin. Und, ja, ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Macht es gut. Habt ein super schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.